hallo und willkommen hier bei silicon wet mit einer neuen runde von angezockt diesmal haben wir back snacks im petto hier kann man sehen sie warum geht es in diesem spiel ich lese aus der beschreibung back snacks nimmt sie mit auf eine ur-komische reise auf die insel schleckum die heimat der legendären halbwesen aus süßigkeiten und insekten der back snacks sie folgen einer einladung der unerschrockenen entdeckerin elisa berth mega fein die bei ihrer ankunft nirgendwo zu finden ist während ihre jünger ganz allein und hungrig auf der insel verstreut sind das hat mich schon mal überzeugt aber was mich noch mehr überzeugt hat man diese komischen halbwesen die wie ich da in den screenshots screenshots gesehen habe und ich würde meinen mal schauen was uns da erwartet sah schon lustig aus hier sind wir im hauptmenü alle einstellungen habe ich vorgenommen die interessieren mich wahrscheinlich eher weniger und ich würde meinen gleich ein neues spiel das ist das eine erdbeere dieser lade bildschirm auf einem schiff auf einem luftschiff eine sehr detaillierte karte ok das war's schönes intro kurzes tutorial eine spinne eine spitzhacke eine laterne danger danger sie habe ich mir schon gedacht das sind doch erdbeeren ok oh 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 ich was war da komm raus oder auch nicht was ist das war das eine fliegende pizza au zwei wochen zuvor ab eine Sie ist eine wirkliche Charmer. Echabel, so. Was? Die Leute sollen zu wissen. Du bist nur diejenige. Ich bin Elisabeth, und ich habe eine unglaubliche Verkaufung hier auf Snacktuch Island. Aber das ist mehr als eine mehr Expedition. Meine followers und ich haben angefangen zu entwickeln eine neue Gemeinschaft hier. Die constructionen von unseren Settlementen ist gut unterwegs. Was ziehst du weit weg vom Zivilisation? Was discoverer kennen wir für eine neue Welt in die Unwohntaged Wölze? Bugs-nac! Sie sind das beste glamourte Mal im Weltall. Du hast nicht gelebte, als du eins haben. Es ist wahr, Bugs. Halt Sneck! Es ist niemand ganz ähnlich. Es ist eine jetzt! Gute! Gut! Got it? Good effort, Silbo. As for you, I'm sure you're wondering why I've sent you this film. I've read your work. The Shadow of Grumfoot, The Secret of Soylent Grump. Stellar pieces of journalism. Like me, you have a passion for discovering unknown truth. And also like me, if you truly recognize your talent. You are just the Grumpers I need to share my story with the world. I've sent you a map to our settlement. Come to Snack Tooth Island. Together, you and I will share the incredible tale of Mucksack. Okay, Lisbeth. Hallo? Sea Clumbie Clumber Nut. Warum bin ich jetzt hier? Wow. That's your new lead? Another monster hunt? Do you have any idea how much trouble you caused me? I had to recall half a million papers and give a public apology. All because your Grumpfoot turned out to be a lost football mascot. We've been over this. It doesn't matter how eye-catching your articles are, if I'm stuck cleaning up your sloppy work. You're already at a second chances. Oops. And now you're gonna follow Elizabeth to some Grump forsaken island? Elizabeth Megafig is either a con artist or a lunatic. Remember that whole mess with Grump Lantus? This Bugsnax thing is just her latest delusion. Warum glaubst du nicht an Bugsnax? Because I've got a working brain. Was stimmt nicht mit der Insel? Do your research. Chips go missing around there all the time. The place is like me before I get my coffee. Deadly. Was weißt du über Lizbert? She got a little famous after stumbling across some forgotten civilization in Grump Sylvania. She's been coasting off that success ever since. Ha, komischer. Also, anscheinend bin ich hier irgendwie bei der Zeitung. Only a desperate loser would follow Lizbert. Und das bin ich. Well, it is a tantalizing story, if true. We'll just have to hear it from Lizbert herself. Say you get an interview with her and make it back alive. You just might keep your job. Now get going and try not to fall off a cliff or something. Schon passiert. Okay, wir sind hier. Keiner glaubt bei uns. Wir sind wahrscheinlich so Zeitungsredakteure. Hallo. Komische Erdbeere. Alp, wack, alp, snack. Wer bist du? Auch der ist schon wieder. Im Video ist er hingefallen. Er reißt dich zusammen. Wer bist du? Und was ist passiert? Wo ist Lizbert? Der ist voll auf den Kopf gefallen. Weiter, immer weiter, komm. Du bist nicht, Lizbert. Ach, echt? Oh, Grump. Es ist egal, wer du bist. Bitte gib mir etwas, um zu essen. Aber sicher, Kumpel. No way. Ähm, ich glaube, da ist ein Bugs-Snaak. Aber du hast einen guten Blick. Ich weiß, welcher es ist für mich. Neuer Auftrag. Neuer Auftrag. Es kann losgehen. Drücke F ab, um den S... 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 Hallo. Ein ganz simpler Bugs-Snaak. Beobachte einfach sein Laufmuster. Sie sind etwas scheu, aber das geht schon in Ordnung. Sie brauchen nur etwas Freiraum. Liebt... dieses komische Ding. Die Augen. Hey, Philbo. Ich habe einen Erdi gescannt. Okay. Du hast deine Knabberfalle nicht ausgewählt. Halte Q gedrückt. Okay. Und? Zack. Easy. Sehr schön. Wenn du mich anschaut. Nein. 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 Oh, ja. Ich habe es geholfen. Ist das jetzt Mord? Oder? Was ist hier passiert? Was ist denn mit deinem Arm passiert? Oh, das? Das ist ziemlich nett, oder? Das ist ein Einfluss für Bugsnax. Auf jeden Fall. Ich gehe noch zurück. Ich könnte vielleicht drei mehr Bugsnax benutzen. Ich bin sicher, dass die Skopi von dir in die Hand kommen wird. Skin und Plan, ich sage immer. Okay. Da ist was. Da war auch gerade noch was. Eine Karottel. Grün-Lolive. Scheiße. Sachen gibt es hier. Hey. Ich habe sie verloren. Hey. Zurück holen. Mieses Schwein da oben. Tut mir schon irgendwie leid. Komm da rein. Komisches fliegendes Ding hier. Der Pfeil sagt hier. Ich glaube schon irgendwie lustig. Völlig verrückt. Ey yo Bilbo. Hier. Nee, jetzt wird er selber zu seinem Viech. Ein Gebüsch, in dem sich ein kleinerer Bugsnack verstecken könnte. Größere Bugsnacks parallelen davon ab und scheuen auf, was immer sich darin versteckt. Klammert sich an Bugsnacks und fängt sie mit einer beruhigenden langen Zunge. Ah, er erwischt. Erwie. Nee. So. Wie fange ich dich, mein Freund? Wie fange ich dich? Also nicht. So nicht. So nicht. Vielleicht? Hm. So nicht. Dann lassen wir mal den fliegenden Typen da mal in Ruhe. Aber wir schauen uns mal hier um. Also irgendwie finde ich es schon lustig. Was brauchst du noch gleich? Ich weiß. Und was noch? Lass uns essen. Hier. The Major. Stimmstiefel. The Mayor. Lissbert Megafein hat mich eingeladen. Okay. Komischer Kerl, der selber zum Snack wird. Und wo ist sie? Warte mal kurz. Ja komm, dann gehen wir. Okay. Wir haben doch jetzt unsere Beweise, dass diese Insel existiert. Wir können doch wieder gehen, oder? Wir können wieder gehen. Wir haben die Beweise. Der Wambus. Du bist noch live? Ich dachte, du hast es gerade angefangen. Nein. Ich habe einen Journalisten gefunden. Sie sind auch ziemlich gut an hunting Bugsnax. Ich wollte sie zurück nach Snackspur. Das ist schön. Du willst nicht mit dir kommen? Nein. Nein. Warum nicht? Ich habe meine Päuser mit meinem Ketchup-Krump. Without Lisbeth zu holen, um Bugsnax zu holen, muss ich uns alle gut halten. Uh, wir können nicht nur Ketchup-Ketchup essen. Es ist besser als nichts. Du willst uns hier sterben? Nein, nein, aber, uh, dieses Garten ist so weit entfernt von allen. Vielleicht kannst du einen anderen in der Stadt beginnen? Oh, ja, es wird uns. Ist das Bunga? Ist das Bunga? Darn Bunga! Get out of here! Okay. Oh, wow, 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 wow. Ich dachte, das wollen wir alles essen. Und nicht hier. Was ist das? Alles verballern. Komm' hier! Und los! Bunga, 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 Bunga! Easy! Lass uns reden. Ich habe mich um diesen Bunker gekümmert. Ganz ehrlich, nur Probleme hier. Wie schnell läuft die Zeit? Ja. Warte auf mich. Das ist schon irgendwie lustig. Schon wieder am Sterben. Genau. Hey. Alles in Ordnung, das ist ja gut. Oh, oh. Nicht zufrieden. Ich bin ein bisschen schade, aber ich werde gut. Ich bin glücklich, dass du mit dem Wambus ist. Er hat einen schweren Moment. Und seine Frau ist nicht verletzt, diese Dünn. Oh. Also, uh, ich hab dich nicht auf's. Ich bleibe hier bis mein Gehirn zu verliegen. Ich bin sorry, strangler. Ich wollte nicht für Philbo das Thema verletzt. Das hat bestimmt wehgetan. Eine Frittine fangen. Ein Bunga. Und du? Schischkrabler. Das alles ist geil. Schischkrabler. Okay. Eine Frittine brauche ich. Wieso Pokemon? Da bist du. Okay. Sie bringt sich in Sicherheit. Wenn sie Ketchup wittert, kommt sie runter. Okay. Was passiert wenn ich da drauf schieße? Und los. Hey. Hier. Wie das aussieht. Gut. Wie du das meinst. Bunga 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 Bunga. Wenn sich dieses Ungeziefer einmal versteckt hat, kommt es erst wieder zum Vorschein, wenn man es dazu zwingt. fürchtet. Fürchtet. Ah. Sie fürchten diese komischen Dinger. Verstehe. Diese Bunga. Ich verstehe. Hi. So. Das platzieren wir hier. Und schießen hier. Das war nicht so geplant. So. Nein. Ach, Quatsch. Hier hin. Und hier hin. Los. Bunga. Ramin. Dass er hier reinläuft. Sagt der Shishke. Hi. Hast du gut gemacht. Ich loge ihn einfach da hin. Ah, fast. Die Frage ist... Der wird wahrscheinlich hier hinlaufen. Komm her. Komm her. Hier, Ketchup. 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 Nice. Es läuft. Shishkebab. Shishkebab. Da, da ist. Du hast das Krabblernetz. Jetzt kannst du Bugsnax fangen, wenn sie betäubt oder verwundbar sind. Oh. Wo ist er, Mann? Ah, okay. Wieso sind die so aggressiv? Mit den eigenen Wacken schlagen. Sich selbst. Aber langt das jetzt nicht mal? Der ist ja bald nicht mehr wiederzuerkennen. Dann könnte ich sicher helfen mit diesem Tee. Well, best not to dwell. Ketchup. Das ist das Wortspiel. Ich frage mich. Vielleicht waren es auch solche Lebewesen wie wir und da haben sie ein bisschen zu viel gefuttert und jetzt sind sie nur noch solche komischen Lebewesen. Und das ist mit der Lisbeth wahrscheinlich auch passiert. Oh, Beffika. Ich dachte, man muss hier zusammenhalten. Zonk off, Squeeb. Nee, nee. Eine scharfzüngige, herumschnüffelnde Nichtstuerin. Offenbar meine allerbeste Freundin. Best Buddies für immer. Oh, Wilbo. Wilbo. Das glaube ich eher nicht. Liebt. Wen liebt er? Die Lisbeth. Und sie hasst, hasst. Kann ich von dir auch noch ein Foto machen? Antike Wandmannerei. Lieben, hassen, lieben, hassen. Wieso hassen sie sich alle? Das ist eine Hut. Hey, chill mal. So in der Scheiß. Die Namen. Lass uns reden. Nee. Lässt der Maul hier. Ich habe mein Lockbuch verschusselt. Eieieiei. Schaust du so? Das haben wir. Höhlenmalerei. Lockbuch. Tagebuch. Aha. 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 Da spielen sie ein bisschen Karten. Chill. Hier hast du dein Lockbuch. Yeah. Hattest du mich grad hier als Hund bezeichnet. Das ist deine Buggypedia. Hier kannst du dir alle Bugsnacks ansehen, die du mit deinem Scanner, ich nenne sie jetzt Scanner, das ist ein ganz komisches Wort, findest hier auch all ihre Vorlieben und Abneigungen sowie Tipps, wie du sie fangen kannst. Mhm. Schau dir jetzt die anderen Seiten an und sieh nach, worum es dort geht. Das ist deine Grumpypedia. Ist sowas wie die Buggypedia, nur für Grampusse, kurz auch Grumps genannt. Aha. Die leeren Stellen werden sich mit deinen Notizen füllen, sobald du jeden einzelnen Grampus besser kennenlernst. Das ist deine Spurenseite. Da notierst du dir alle gefundenen Hinweise, die dir helfen könnten, Lisbeth zu finden. Du kannst die einzelnen Spuren auch auswählen, um sie dir genauer anzusehen. Das ist dein Snackpack. Darin verwahrst du die Bugsnacks, die du gefangen hast. Das ist deine Auftragsliste. Sie enthält umfassende Informationen über all deine laufenden Aufträge. Du kannst deinen Auftrag auch festpinnen, dann bleibt er immer sichtbar, während du herumläufst. Das ist deine Karte der Welt. Schleck um. Was soll man da groß sagen? Es ist halt eine Landkarte. Das ist die Liste deiner Werkzeuge. Eine Gedächtnisstütze, was für Hilfsmittel dir zum Bugsnackfang ein zur Verfügung stehen. Gut, das wäre dann alles. Zufrieden? Dieses Logbook wird hilfreich sein. Was? Alles, was du mit dem Snackscope schaust, ist in der Journal. Ich habe mehr für dich zu tun. Aber Wambus schützt die Snacken weg. Du musst später zurückkommen. Bis dann solltest du Hilfsmittel rauskommen. Gehen wir nach hier. Chill. Lass uns das mit Ende kommen, Mann. Naschingen. Gehen wir nach Naschingen. Irgendwie schon lustig. Ich weiß auch nicht. Gefällt mir. Ach, und Viecher sehen schon aus wie so Lebensmittel. Hallo, Naschingen. Und ihr seid ganz komische Figuren. Bei Lisbeth herum. Niemand will hier wieder kommen. Oh, es ist nicht viel, aber es ist immer wieder zu Hause. Lass uns gehen. Hi. Ich folge dir. Hier ist ja wirklich nichts los. Ich bin sorry. Ich glaube, du wirst nicht das Interview mit Lisbeth. Ich könnte dir doch ein paar Fragen stellen. Really? Me? I mean, if you want to. Ähm, ask away, I guess. Wer bist du? Ich bin Philbo Fiddlepie. Ich glaube, ich bin ein bisschen wie ein... ...Deputier-Märor. Ich weiß nicht. Ich bin nicht gut an den meisten Sachen, aber... ...ich würde ich helfen. Wenigstens etwas. Das Ding hier, geil. Warum bist du auf die Insel Schleck umgekommen? Well, Lisbeth asked me to tag along, so I dropped everything and here I am. Was hältst du eigentlich von Bugsnax? Oh, they're great. I mean, they taste good and they make everybody happy, so what's not to love? Weißt du irgendwas über Lisbeth? Ja, und was ist jetzt hier mit... ...so bist du als Bürgermeister geworden? Ich meine... ...I wasn't really in charge. Nobody took me seriously. But as long as Lisbeth came back with Bugsnax, everything was fine. Was ist hier passiert? One day Lisbeth went out hunting and she didn't come back. I tried to step up and keep everybody calm. Technically I was in charge, right? But... ...that didn't last long. So hat es nicht lange funktioniert, beziehungsweise... ...there was a big fight and then an earthquake and then everybody decided they'd be better off alone. I couldn't even keep us together for one day. I honestly don't know what Lisbeth saw in me. Ich glaube, das wird sie noch ändern. Aber die Frage ist, wie lange ist es her? Ja, und wo soll ich anfangen? Ich find Gramble on the beach. If we get his ranch going again, that'll be a big help. You could also go back and talk to Bethwaka, I guess. Ah, nee. All right. Good luck, buddy. Die fette Story. Schon gewusst, du hast mehrere aktive Aufträge. Du kannst deine Aufträge im Logbuch überprüfen und den einen, den du angezeigt bekommen möchtest, in der Ecke festpennen. Aber will ich nicht. Gibt es auch Karte? Ja, Strand. Wahrscheinlich hier unten. Schnellreise. Dann bin ich schon. Sie langweilig, ist mir doch egal. Wir machen jetzt hier FinTech, Gramble, irgendwo in der Nähe vom Strand. Irgendwie mache ich schon das Spiel. Und du, willst du auch was, oder? Na klar. Lass uns reden. Okay. Hast du Zeit für ein paar Fragen? Beginnen. Und wieder mal ein Gerät. Wer bist du? Warum bist du auf die Insel Schleck umgekommen? Kannst du nicht zu Hause einen Bauhof anlegen? Ah, okay. Steuer will er nicht zahlen. Was hältst du von Bugsnax? Oh, was do I think of that, Bugsnax? They're pesky, tasty, confusing. Nice. Was ist auf Beeren dran? Well, they ain't animals and they ain't plants. No organs, no seeds, nothing. And you have to eat them raw or they turn to mush. Now I call that confusing. Klingt ganz falsch. Wieso hast du die Stadt verlassen? Well, when Lisbeth vanished, I knew we needed a reliable food source. Without Snacks, I figured I'd farm sauce as an alternative. Though we would have been fine on Bugsnax, if it weren't for Grambl. Und was hat er gemacht? Was hast du für ein Problem mit dem? That weepy little rancher thinks all Bugsnax are his pets. Philbo meinte, du hättest eine Frau. Wo ist sie? Philbo needs to shut his grumpen mouth. Trifany is off somewhere poking at Skeletons. None of my dang business. Und was ist mit dir passiert? Well, when you've been married this long, the little spats just pile up. Ach, Wambus. It takes much to knock them all down. Weißt du wohl, Lisbeth is? We'd trade sauce for snacks now and again. Or plants for Dr. Batternugget to fix his medicine. Und wo ist dieser Dr. Besserband? Ne, ne, da geht eine Person. Oder ist nicht mehr da, die Snacks fängt und schon Katastrophe. Hm, was ist mit Lisbeth passiert? Nur Probleme. Wambus hat dir Notizen über ein merkwürdiges Gerät gegeben. Schau in deinem Logbuch nach Details. Ja, 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 wo ist es? Das Tor ist mit einigen uralten Mechanismen verbunden. Offenbar braucht man mindestens drei Guampusse, um sie zu aktivieren. Guamps. Ein Bericht über Lisbeths Entdeckung der Bugsnax. Er war ihrer Einladung auf die Insel Schleckum beigefügt. Leider sind alle Fotos unscharf und verwaschen. Passt schon. Hier ist wirklich alles verlassen. Aber vielleicht können wir Grambel davon überzeugen, zurückzukehren. Qualmende Quellen, das hört sich aber nicht nach Strand an, oder? Hallö? Hallö? Was für Experimente? Okay. 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 Was macht er, oder sie, mit dem Bein dran knabbern? Uh. Okay. Schokolade. Du hast mehr als eine Soße zur Auswahl. Wähle Schleuder aus. Und dann auf die gewünschte Soße. Aha. Jetzt habe ich noch Schokolade. Okay, was kriege ich hier für eine Party? Jeder liebt Schokolade. Was war da? Da, dieser Busch. Das ist dochrank machines, oder? Das ist doch pant owl. Das ist doch erst 30. Was ist hier los? Ja? Das ist nicht so schlimm. Oh Grembo. Oh Grembo. Oh Grembo. Oh. Oh Grembo. Gramble, 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 Gramble. Wiggle, your song's nice and all, but you're scaring the little ones. Sorry, Gramble. Inspiration is so hard to find. I just have to sing wherever it strikes me. Well, maybe it could strike you over there. Oh, but I'd hate to go alone. Won't you join me for a long walk on the beach? Like a date? Of course, darling. It would just be you, me, and your delectable strabbies. Singing the night away until we drift off to sleep. No! Uh, sorry. Every time I go to sleep around, hit my snacks just up and vanish. So no to all that. But the date's still a maybe. Oh, very well. I will go and seek my inspiration. Hello. Tom, my dear. Oh, calm down, little ones. Wiggle means well. She just don't understand you like I do. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Snagiri. Oh yeah, yeah. Ananantil. Meeresmuschel. Du, Krapfel. Entschuldigung, Entschuldigung. Eigentlich habe ich genau dich gesucht. Ich bin Gramble-Giggle-Funny. Ich bin ein starker Budsax-Breder. Habt ihr noch mit Wiggle gesprochen? Oh, sie ist wirklich nett. Doch sie kann ein bisschen ... ähm ... starken ... Ich glaube, die nutzt dich einfach aus, um an deine Erdys zu kommen. Aber hey, was weiß ich schon. Ich sollte dich aufsuchen. Ich bin nicht zu künstler, um zu gehen. Aber ich bin weg von hier. Ich will zurück in meine Barne. Problem ist ... Einige von meinen Schrauben sind weggefallen. Ich bin nicht zurück, bis sie alle nach Hause sind. Wenn Sie mich helfen ... dann habe ich einen Freund, um dich zu bezeichnen. Okay! Storberry, Storberry, Storberry ... Wie sie das so sagen ... Siehst du das, Storberry? Das ist Sprout. Ich habe ihn trainiert, um ihn zu folgen ... mit seinem Buggie-Ball. Wir waren in der Mitte des Trainings. Siehst du, ob du Sprout hier zu uns stehst. Du hast die Käferkugel. Wechsle zu ihr mit Kuh. Hallo? So ... Ach so ... Verstehe ... Hier hin, hier hin ... Dann los ... Da durch ... Hier raus ... Hier hin ... Chill deine Base ... Hier hin ... Ich habe die Käferkugel. Was jetzt? Alle vermissen die Lisbeth und keiner macht hier was. Ist das euer Ernst? Schallinger. Ich soll die Schallinger fangen. Okay. Was bist du? Schallinger. Ach. Zu Orangen. Aha. Interessant. Da rein. Zack. Den ersten habe ich. Ist da vielleicht nur noch einer? Entschuldigung, wie süß, der Kleine. Wui. Hallo. Aha. Da ist einer. Muss erst die Falle setzen. Los, rein da. Verkackt. Sauverkackt. Ramin. Und. Rein da. Keywatch. Ich fange den Keywatch. Rein da. Es läuft hier richtig gut. Hallo Keywatch. Na ja. Keine Sorge. Ich tu dir nichts. Ich brauche nur diesen. Sehr gut. Rechter als gedacht. Ich dachte, es wird jetzt ewig dauern. Snack, Snack. Hi. Ich habe sie. Sorry. Sorry. His. Oh. Okay. Bye-bye. Und wohin? Hierhin? Oder? Bring den zwei Keywatcher zum Gramble, ohne sie in der Falle zu fangen. Na gut. gut. Also. Iwache. Du bist doch einer, oder? Ja. Also. Du gehst hier hin. Schokolade. Und hier hin. Komm. Noch nicht so schnell. So schnell ist er nicht. Snack, Snack. Da hin. Ah, ich hab's verkackt. Einen hab ich. Jetzt brauche ich noch einen. Kiewatsch. Krapfel. Da ist noch eine Erdbeere. Ah, da ist die wieder, die verrückte. Da ist einer. Komm her. Oder kann ich den? So. So geht das auch. Krawatsch. Da ist er. Da ist er. Los geht's. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Hierher. Hierher. Ich habe deine Bugsnacks zurückgebracht. Du hast es geschafft. Oh, meine Kinder sind wieder zusammen. Ich bin so glücklich, dass ich schreie. Hier geht's. Hahaha. Ich bin bereit, um zurück zu der Ranch. Danke für all deine Hilfe. Ich will, dass du Sprout mit dir gehst. Er hat immer eine Lebenserfahrt. Ich stehe ihn zurück. Sprout. Papa hat einen Job zu machen. Alle deine Freunde gehen in ein neues Haus. Du gehst mit diesem schönen Grumpus hier. Ich vermisse dich etwas, Fierce. Aber es ist okay. Du kannst dich jeden Tag sehen. Wenn du Sprout mit dir gehst. Oder sonst. Oh. Chill. Das heißt, gehöre ich dann zu unserem Film, was der sagt. Vielleicht kann ich mich. Ja. Oh. Schnellreise. So groß ist es nicht, aber wenigstens etwas. Heyo. Philbo. Ich habe hier einen neuen... Hi. Hi. Was soll ich tun? Okay. Wo ist... Diese Farm jetzt. Diese Scheune. Ah, da. Oh, sie unterhalten sich. Jetzt gibt's Ärger. Ich bin hier. Ich hätte nicht zurückgekommen, wenn ich ich, wenn ich hier wäre. Das stimmt. Ich bin nicht mehr zu gehen, jetzt. Oh, ja? Ich bin hier? Ich bin hier. Dann bin ich meine Nachrichten wieder. Wie geht's, Nachrichten? Ich habe meine Augen auf dich, Wambus Troubleham. Was machst du? Kannst du helfen? Und woher hast du diese Theorie? Okay. Hier. Und ein Wurzel-Bugsnack im Garten. Was war das? Donations. Spendenkampagne. Süß. Shishkepap? Oh ne, ist das dein Herz? Grumble? Lass mal quatschen. Ich stell dir Fragen, du antwortest mir. Shishkepap ist das Beste. Wer bist du? Grumble-Giggle-Funny. Ich schaue nach den Bugsnacks in der Stadt und mache sicher, dass sie nicht wegfliegen sind. Warum bist du auf die Insel gekommen? Ich hörte, Lisbeth hat ein paar Grumps, um Teil ihrer neuen Familie zu sein. Und ich dachte, ich könnte wirklich einen von diesen nutzen. Hast du keine Familie? Na gut. Was hältst du eigentlich vom Bugsnacks? Wie erklärst du dir, dass jeder sie aufisst? Wieso hast du die Stadt verlassen? Without Liz to bring in snacks, everybody got meight hungry. They didn't treat my barn like a grocery store. I held them off for a while, but I should have known, Wambus never quits. Ist Wambus auf deine Wünsche eingegangen? Hm? 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 Sind deine Bugsnacks sicher vor Wiggle, die Verrückte? Hm? Wiggle's a lot, but she's got a good heart. She really likes me. She'll learn to love Bugsnacks the way I do. Hm? Sie will bloß deine Erdies. Was weißt du über Lisbeth? Lisbeth? She bring me lots of new friends to take care of. Sometimes we work together training my little ones. Sometimes she'd ask for one and I'd have to say goodbye. Hm, und was würde sie mit den Bugsnacks machen? I like to think they're all like Sprout, helping out like little sidekicks. But sometimes she didn't get enough on the hunt. She always liked to bring something back for Agabelle. Hm, can we talk about something else? Und was ist mit ihr passiert? Sometimes I wake up at night and I'm out of bed, lost in the woods. I think I see Lisbeth out there, watching me like a bench of spirit. Can we talk about something else? Wir sind fertig. Entspann dich. Oh, I don't think I like interviews very much. Here. Lisbeth dropped this in my barn back when. I never got around to give it back. I don't know what it's for, but you can have it if you promise never to interview me again. Gwemble hat dir einen Lockbuchschlüssel gegeben. Schau deinem Lockbuch nach. Was bringt er mir? Ah, Schlüsselchen. Das zu einem Tagebuchschloss. Ja, wo ist dieses Tagebuch? Wollknäuel, Wollknäuel, Wollknäuel. Was willst du? Brauchst du Hilfe? Eh, ich glaube so. Selbst wenn wir nach Hause sind, die kleine sind noch nicht mehr. Ich denke, sie werden sich selbst verletzt. Nachdem alles, der Stall war schon voll von Bugsnacken. Okay, das ist... Ja, hier, diese Snackbox. Hi, Velvo. Ach, jetzt sieht's nicht mehr jetzt. Bisschen grünlicher jetzt. Da, wo die Leute wohnen. Ah, okay. Und das ist ihre Hütte. Schränkchen, aha. Ich habe hier doch was. Mist. Du hast ein Videotagebuch ausgebildet. Schau in deinem Lockbuch nach Details. Ein abgenutzter Film, den ich in Litzbergs Hütte gefunden habe. Ich bin zurück in der Stadt. Nach einem langen Weg von einem grossen Weg von Fisch und Bugsnacken. Just in Zeit für ein gorgeous Doktor, Ich habe mich überrascht. 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 Oh, okay. alles für die kamera so nein ein süßes pärchen beobachtungszeichnungen interessant aber ich habe hier tagebuch schlüssel schlafen will ich nicht was haben wir da ist ja auch ein tagebuch schade ist nichts hier ist nichts wahrscheinlich hier drin und dann noch mal versperrt aber das werden wir hier leider nicht mehr erfahren ich denke für den ersten eindruck lassen wir es hier dabei also ich muss sagen es ist es ist immer lieblich gemacht ja die charaktere sind verrückt das ist jetzt hier nichts außergewöhnliches geschichte schaut euch an die es nie irgendwelche irgendwelche bugsnacks und dann werden sie zu diesen und dann ist hier diese lissbert verschwunden und wir bauen anscheinend diese stadt hier wieder auf und schauen was wir hier noch alles machen könnten aber derzeit wollen wir erstmal die bewohner dieser stadt zurück nachdem die lissbert die expeditionsleiterin verschwunden ist aber ich muss sagen lieblich gemacht bisschen verrückt viele anspielungen hier manchen versteht man vielleicht nur auf englisch aber also ich muss sagen ein blick war es auf jeden fall wert und wenn es euch auch gefallen hat könnt ihr es gerne auch probieren natürlich auch oder auch einen kommentar unten lassen wie euch das spiel hier gefallen hat aber ich denke ja ist lustig gemacht auf jeden fall würde ich gerne weiter schauen wenn sich zeit finden ist ansonsten danke ich euch fürs zuschauen das gerne like abo alles da und schaut euch gerne die anderen angezockt an die anderen videos von meinen kollegen checkt unsere social media kanäle und dann freue ich mich wenn es wieder heißt angezockt mit einem neuen spiel bis dahin macht es gut